Herzlich willkommen im Yoga-Zentrum Jena bei Yoga Stilvoll. Ich bin André und ich bin Gabi. In diesem Video möchten wir dir eine kleine Erwärmungsroutine vorstellen, damit du gut vorbereitet in jede beliebige Yoga-Übungspraxis starten kannst. Ich werde dich komplett durchführen. Gabi übt wie immer mit. Bis gleich auf der Matte. Beginn ganz gemütlich in der Rückenlage, in Shavasana. Verlängere vertieft deine Atmung. Wenn du magst, kannst du dafür auch die Hände auf die Bauchdecke legen und auf die Weise ein wenig spüren, wie die Atmung fließt, wie sich deine Bauchdecke sanft mitbewegt. Und dann streck dich ganz lang durch. Streck die Arme über dem Kopf lang aus. Zieh die Knie zum Oberkörper heran. Roll ein wenig nach rechts und links. Und dann geht es gleich zur ersten Drehung. Dafür stell die Füße auf, verlagere die Hüfte etwas nach rechts und rolle mit beiden Knien parallel nach links. Krokodilsdrehung. Die Arme seitlich ausgestreckt. Dreh den Kopf nach rechts. Bleib hier. Atme. Wenn du magst, kannst du etwas unter das linke Knie legen. Dann geht es zur Mitte zurück. Leg auch die Hüfte wieder mittig. Zweite Seite. Verlager deine Hüfte nach links. Und roll mit der Hüfte nach rechts, sodass beide Knie übereinander bleiben. Drehung nach rechts. Kopf nach links gedreht. Auch hier, du kannst gerne unterlagern, also eine Decke oder einen Block unter das rechte Knie legen. Dann geht es wieder zur Mitte zurück. Die Hüfte mittig ausgerichtet. Zieh dir das rechte Knie zum Oberkörper heran. Wenn das okay ist, kannst du hier bleiben. Wenn du etwas erweitern willst, kannst du auch den rechten Fuß Richtung Decke ausrichten. Rechtes Schienbein senkrecht. Und beiden Händen den rechten Fuß greifen. Und auf die Weise dein rechtes Knie zur rechten Schulter heranziehen. Dann leg den rechten Fuß auf den linken Oberschenkel. Ziemlich weit oben am linken Knie. Nadelöhr. Die Hände umfassen den linken Oberschenkel und ziehen den heran. Das kannst du noch steigern, indem du das linke Bein Richtung Decke streckst, also den Fuß nach oben ausrichtest. Die Beinrückseite wirklich dehnst, die Ferse hoch schiebst. Löse wieder auf. Der Seitenwechsel, rechter Fuß aufgestellt. Linke Knie herangezogen. Auch hier, wenn du magst, greif direkt den linken Fuß. Zieh das linke Knie zur Achsehülle heran. Dann kommt der linke Fuß auf den rechten Oberschenkel, knapp unterhalb des Knies. Und greif mit den beiden Händen den rechten Oberschenkel, zieh den heran. Die Schultern eher ein wenig Richtung Boden gesenkt. Der Nacken lang, der Rücken flach an den Boden angekuschelt. Und auch hier, du kannst gern die rechte Ferse nach oben Richtung Decke schieben, die Beinrückseite verlängern. Halte und atme fließend. Löse langsam wieder auf. Stell beide Füße ab. Dann zieh nochmal beide Knie zum Oberkörper heran. Ein wenig seitlich rollen. Mobilisieren. Sehr schön. Dann roll auf die rechte Seite. Es geht weiter im Vierfüßle. Also gern die Knie etwas gepolstert. Wenn dir das auf der Matte zu hart ist, kommt deine Decke drunter. Und dann ganz weich als Bewegung. Katzenbuckel, Pferdrücken. Immer ausatmend geht es zum Katzenbuckel. Einatmend Pferdrücken. Noch einmal. Ausatmend. Katzenbuckel rund nach oben. Dann geht es in die neutrale Position zurück. Die Hände stabil im Boden verwurzelt. Streck beide Beine nach hinten. Also die Ballen aufgestellt. Der gesamte Körper in der hohen Planke abgestützt. Halte das. Und schieb dich nach hinten zum abwärtsschauenden Hund. Die Hüfte gehoben. Die Beine gestreckt. Du kannst gerne etwas mobilisieren, indem du sie noch mal einzeln beugst. Dann geht es wieder nach vorne in die Planke. Mit der Ausatmung zurück in den abwärtsschauenden Hund. Einatmen, Planke. Ausatmen, Hund. Einatmen, noch einmal die hohe Planke. Bleib hier. Atme, zieh den Brustkorb nach vorne schön weit. Und dann zum Ablegen. Erste Knie abgelegt. Hüfte abgelegt. Oberkörper abgelegt. Es geht in die Cobra. Dafür gehen die Hände nach hinten. Der Oberkörper leicht gehoben. Die Füße etwas angehoben. Also die Hüfte mit dem Schambein gut im Boden verwurzelt. Die Beine nach hinten gestreckt. Oberkörper gehoben. Wenn du magst, sogar noch ein wenig mehr. Atme in der Position. Aktiviere deinen Rücken. Dosiere das natürlich, wenn er sehr fest wird. Und dann leg dich wieder auf der Matte ab. Bring die Hände jetzt seitlich unter den Ellbogen zu den seitlichen Rippen. Gut. Nochmal den unteren Rücken verlängert. Steißbein nach hinten gezogen. Bauchdecke leicht eingezogen. Ellbogen zurückgezogen. Hebe den Oberkörper mit der Einatmung etwas nach oben. Ausatmen, wieder ablegen. Einatmen, aufrichten, die Cobra. Ausatmen, wieder ablegen. Einatmen, noch einmal Cobra. Ausatmen, wieder ablegen. Stell deine Zehen wieder auf. Und schieb dich zurück in den abwärtsschauenden Hund. Den Rücken schön verlängert. Den Nacken verlängert. Lass die Fersen sinken. Gut. Dann streck das rechte Bein nach hinten oben. Also die Hüfte bleibt erstmal parallel. Rechte Ferse weit nach hinten oben geschoben. Dann winke das rechte Bein etwas an. Und öffne die Hüfte. Also nach rechts aufgedreht. Drück die Hände sehr fest in die Matte. Schau, dass das linke Knie weiter nach vorne ausgerichtet bleibt. Rechte Hüfte gut gehoben. Es geht zurück in die Streckung. Und dann setzt das rechte Bein wieder ab. Zweite Seite. Linke Bein nach hinten oben gestreckt. Wieder den Rücken gut verlängert. Winke das linke Knie an. Und dreh die linke Hüfte auf. Rechte Knie zeigt weiter nach vorn. Die rechte Ferse darf sinken. Dann dreh die Hüfte wieder zurück in die Horizontale. Streck das linke Bein. Und setz den linken Fuß wieder ab. Einatmen geht es nach vorne in die Planke. Bleib hier. Atme. Noch etwas nach vorn. Chaturanga. Komm langsam nach unten. Und leg dich in der Bauchlage ab. Stütz die Hände noch mal fest in den Boden. Mit der Einatmung geht es in die Cobra. Und von hier direkt in den aufwärts schauenden Hund. Atme. Nimm die Schultern zurück. Brustkorb schön weit. Und mit der Ausatmung schieb dich wieder nach hinten oben in den abwärts schauenden Hund. Dann lauf mit den Füßen nach vorn bis zwischen die Hände. Uttanasana. Weich als Vorbeuge. Die Knie gern etwas angewinkelt. Der Nacken ganz locker. Die Schultern ganz locker. Bring ruhig etwas Bewegung hinein. Verschränk vielleicht auch die Arme ineinander. Lass dich wirklich nach vorne sinken. Verlänge auf die Weise den unteren Rücken. Lockere Schultergürtel und Nacken. Gerne kleiner Drehung. Abwechselnd ein Knie angebeugt. Die Hüfte ein wenig mobilisierend. Gut, dann die Hände wieder abgestützt. Gerne mit etwas angewinkelten Knien. Zieh den Oberkörper etwas mehr nach vorn in die Weite. Okay, Standbein rechts. Sehr schön verwurzelt. Streck das linke Bein nach hinten oben. Das darf theoretisch in die senkrechte Richtung Decke gehen. Bleib hier. Drück das rechte Bein sehr kräftig nach unten. Heb das linke Bein einigermaßen gestreckt weit nach hinten oben. Setz wieder beide Füße ab. Zweite Seite. Linke Bein kräftig in den Boden gedrückt. Streck das rechte Bein nach hinten oben. Gefühlt nähert sich das dem Spagat in der Vorbeuge an. Atme. Und komm wieder zurück in die Vorbeuge. Beide Füße im Boden verwurzelt. Mit der Einatmung geht es nach vorne in die lange Vorbeuge. Die Hände an den Schienenbeinen. Der Oberkörper nach vorn verlängert. Der Brustkorb geweitet. Bleib hier. Dehne den Brustkorb auf. Langer Nacken. Langgestreckter Rücken. Und lass dich mit deiner Ausatmung sinken. Einatmen. Zieh dich. Streck dich wieder nach vorn. Ausatmend. Lass dich wieder nach unten sinken. Ein letztes Mal. Mit der Einatmung geht es nach vorn in die Streckung. Bleib hier. Atme fließend. Streck die Arme nach hinten. Zieh den Brustkorb noch mal ganz weit nach vorn. Atme. In der Position noch ausatmen. Einatmen. Geht es nach oben in den Stand. Die Arme Richtung Decke gestreckt. Und ausatmend. Bring die Hände vor dein Brustbein. Vor dein Herz. Namaste. Dann nutze die Chance, um noch ein bisschen weiter zu üben in deiner eigenen Yoga-Praxis. Oder du suchst dir ein Video hier bei Yoga Stilvoll aus. Wir freuen uns wie immer über ein Like oder wenn du den Kanal abonnierst. Viel Freude noch beim Üben. Bis bald. Viel Spaß. Tschüss. Tschüss.